Moin meine Leute, ich bin Likobespray und ich begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Luigi's Mansion 2 HD für die Switch. Wir sind stehen geblieben bei Über den Abgrund. Heureka! Das Paraskop hat sowohl das finster Mondstück als auch den Geist geortet, der es bewacht. Du musst nur flugs eine bodenlose Schlucht überwinden. Kleinigkeit. Das klingt nicht nach einer Kleinigkeit. Luigi, ich wollte es mir ja nicht nehmen lassen, deine Supergeister-Stunt-de-Bede zu studieren, aber das muss warten. Ich habe nämlich just eben das finstermondstück geortet. Okay. Jetzt wird's wild. Überraschenderweise kommt das Signal von außerhalb der Mine aus dem alten Werkhaus. Mhm. Dieses Werkhaus liegt jedoch jenseits der Schlucht und die Voxelstation springt nicht an. Zum Glück wusste der Tod, den du gerettet hast, wie man die Schlucht überwinden kann. Er meinte, man könnte mit der Seilbahn kinderleicht bis zur Tür des Werkhauses fahren. Das Wetter wird zwar immer schlechter, aber so dürftest du rasch ans Ziel kommen. Du musst nur zur Seilbahnstation laufen und einsteigen. Schon bist du im Nu drüben. Wunderbar einfach, oder? Ich melde mich gleich auf dem Duo-Spuckofon, wenn du dort bist. Dann gute Fahrt, Luigi. Also das klingt schon so, wie er es sagt. Nicht so, als wäre es so simpel. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Sorge. Oh, hier ist auf jeden Fall das Fenster offen. Ei, 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 ei. Ist das hier kalt? Aber das bedeutet, wir werden heute in diesem Part, schön am Abend, auch den Boss sehen von der vorletzten Welt. Oh boy. Beziehungsweise mehr oder minder vorletzten Welt. Denn, es gibt ja tatsächlich noch, ich will nicht zu viel spoilern, was in der Zukunft noch alles passieren wird. Äh, ich frage mich gerade, müssen wir überhaupt den Fahrstuhl nach unten nehmen? Weil das sieht jetzt nicht so aus, als ob wir hier irgendwie für sorgen können, dass es gleich aufhört, naja, kalt zu sein. Vielleicht müssen wir dann tatsächlich hier oben den Weg nehmen. Hier kriegen wir auf jeden Fall ein Feuerchen her. Aber damit können wir ja nicht herausgehen. Okay, okay, okay. Aber hier war ja auch nur der Toad eingesperrt. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall da runter. Ich meine, hier werden wir ja wohl nicht nochmal freiwillig reinjumpen. Das würde mich wundern. Beim ersten Mal hat Luigi schon große Angst. Zurecht, zurecht. Also düsen wir hier nochmal einmal rüber. Wie gesagt, hier haben wir auf jeden Fall... Feuerkohle. Die wir aber nicht rüberbringen können. Da ist arschkalt. Wie man hier sehen kann. Können wir da runter? Anscheinend. Oder nach oben. Ui, hier waren wir noch nie. Nett, nett, nett. So, erstmal... Dazu machen. So, und dann... Können wir das hier nämlich... Eigentlich nach oben, oder? Ja. Korrekt. Wir nehmen es ganz nach oben. Damit wir den Kronleuchter... Nach unten bringen können. Mit dem Feuer. Und dann den Fahrstuhl auch wieder... Warm... Machen. Toll. Ich hoffe nicht, dass der Eisbäer da oben jetzt angezündet wird. Und jetzt sind wir auch das erste Mal hier oben. Hier waren wir auch noch nie. Aber das bedeutet, hier kommt auf jeden Fall eine Menge Geld raus. Geld. Nice. Okay. Aber damit düsen wir jetzt wieder nach unten. Es ging sehr flott. Und mit dem Fahrstuhl geht es runter in Richtung Mine. Ach, und das ist die Seilbahn, von der die Rede war. Hier links. Die wir schon mal aktiviert hatten. Das bedeutet... Wenn wir hier kurz warten und uns hier einhaken... Dann... Können wir hier auch schon landen. Und sind am Ort des Geschehens. Seilbahnstation. Okay. Das... Kann man auf jeden Fall sprengen. Okay. Nach und nach sprengen. Können wir hier unten auch schon sprengen? Was sieht dann aus? Bling. Bling. Und dann haben wir hier auch schon die große Seilbahnstation, wo wir einfach nur einsteigen sollen. Seit wann habt ihr denn so krasse Ketten? Hört ihr TJ Peaceboy? Eingekettet? Hey! Was soll denn der Spuk jetzt? Und jeden von euch darf jetzt suchen, oder wat? Ah, klar. Wow. Okay. Den, 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 den. Heiliger Knickerknack. Diese Ketten, das wahrhaftige Geisterketten. Sie sich nur lösen, indem man die Geister fängt, die sie geschaffen haben. Wissen wir Bescheid? Wissen wir Bescheid. Also, wir dürfen die Geister suchen und sammeln. Einer soll hier unten sein. Da ist einfach ein Juwel. Wie werden wir an das Juwel wohl rankommen? Also, ich hätte jetzt gedacht, indem man das halt irgendwie... Muss man hier einfach oft rüberlaufen? Es wirkt so, als ob man irgendwie was benötigen würde, so damit es schwerer wird. Okay, da ist auf jeden Fall ein Juwel. Aber, Leute, ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich die ganzen Juwelen einsammle für euch. Dass ihr da einfach durchskippen könnt, an der Stelle, wo das Juwel zu finden ist. Warum sehe ich da unten eine Bombe, aber die sehe ich... Hopp, wie ist Janik? In case of emergency, düster Lampe. Sehr gut. Erwischt! Komm raus, mein Lieber. Oh, bevor die sich verstecken konnten. Oh mein Gott, wie großartig! So klappt es doch auf jeden Fall. Oh, oh. So. Dreifacher... Boah, hast du viel Leben! Ja, da waren wir jetzt zu nah dran. Ob wir es. Da habe ich nicht richtig gezielt anscheinend. Hallo, ich ziele doch. Weg von ihm. Und noch ein Dreifacher. Schön. Oh, boy. Und damit haben wir die gelbe Kette schon mal geschafft. Und da er ja der wuchtigste, der Geister war. Objektiv gesehen. Würde ich sagen... Dass er der schwerste ist zu fangen. Okay, es soll noch einen geben im U2. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich da nochmal komplett nach unten düsen. Korrekt? Und da das U2. Ja. Das heißt, wir gehen hier nochmal einmal ganz nach links. Dann können wir uns ja am Ende auch einfach hoch teleportieren. Hier einmal durchschreiten. Dann nach unten düsen. Welcher Geist wohl hier sein wird? Ich glaube, der Grüne, wenn ich tippen müsste. Nein, rechts wären goldene Spinnen gewesen. Naja. Ich weiß nicht, ob der Goldbarren hier unten ankommt. Cool wär's. Oh mein Gott. Kommt der, glaube ich, wirklich? Goldbarren? Kein Goldbarren. Schade. Sehr schade. Ah ne, die Tür wäre da. Sie ist gerade nur verschwindibust worden. Oh, die Düsterlampe gilt jetzt aber wirklich für eine sehr lange Zeit. Aber dafür, dass sie beim ersten Mal echt so schnell immer aufgebraucht war, hat man jetzt wirklich richtig Zeit. Okay. Erstmal holen wir uns hier einen Geldregen. Und dann gucken wir, was hier abgeht. Hier stand mal ein großer Geist. I remember. So, hau ihm den Kopf ab. Moin. Och ne, lass doch das Fenster zu. Wir machen erst mal das Fenster zu. Und dann kommt... Oh. Es gibt noch einen dritten von euch. Aber kein Problem für mich. Ich weiß nicht, warum ich da gerade so hart gesaugt habe. Kann man auch beide Sticks eindrücken und macht dann den Supersauger? Ja. Wenn man die Sticks drückt, kann man auch den Supersauger machen. Das ist ja viel besser, als vom Finger runterzugehen und A zu drücken. Hier. Beide eindrücken. Beide Sticks. Das ist ja viel einfacher. Warum wird das nicht so erklärt? Das ist viel besser, als A. Wahrscheinlich, weil das UI sieht natürlich ein bisschen kacker aus, wenn da zwei Sticks wären, die man irgendwie drücken müsste. Kann man schlechter anzeigen, als A. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass... Das einfacher ist. Also, wenn ihr einen kleinen Trip... Trip... Einen kleinen Trick braucht. Wie man da besonders easy hinkommt. Äh, wie man besonders easy saugen kann. Ähm... Ich will, glaube ich, nicht noch einen weiter runter. Nee, nee. Nee, nee. Ich will weiter nach oben. Ich will ins Erdgeschoss. Also, wir dürfen noch mal einmal nach oben gehen. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt am schnellsten hinkommen. Wahrscheinlich wieder mit dem Aufzug. Weil damit gelangt man ja direkt nach oben. Und im Erdgeschoss... Wo genau ist er denn im Erdgeschoss? Ach, direkt in der Haupthalle. Ja, gut. Dann müssen wir ja nur nach oben. Können gleich die Seilbahn wieder nehmen. Dann ist die Seilbahnstation auch offen. Und eventuell ist dann sogar dieses Level hier schon beendet. Und wir sind dann beim Boss tatsächlich. Es bleibt spannend. So, jetzt kann es allerdings auch ein bisschen gruselig werden, weil wir haben hier noch einen roten... ...perfekt gezielt. Perfekt gezielt. Ich bleib dabei. Ich kann zielen wie ein Großer. Was genau macht man mit euch? Okay, der lässt einfach Geld dann fliegen. Ui, das ist nicht nur einmal. So, bis er nicht mehr golden ist. So, moin. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ach, warum denn jetzt noch nach oben, Kind? Bleib doch bei mir! Boah, das war die schlechteste Taschenlampe jemals. Beide erwischt. Oh, welche Farbe hat der? Ich gehe einfach auf rot. Dann haben wir sie alle mal gebrochen. Ich glaube, er war grün. Also man hätte zweimal aufladen müssen. Ah, der Rote hat es auch zu uns geschafft. Moin. Aber eigentlich sollte uns jetzt niemand stören. Das heißt, wir können jetzt eigentlich an dem uns absaugen wie ein Verrückter. Die Plüschel stören uns ja zum Glück auch nicht. Boah, die Sticks eindrücken finde ich wirklich viel einfacher. Darauf werde ich mich jetzt auch die ganze Folge darauf berufen, wie toll ich das finde. Das ist sehr, sehr herausgefunden. Wow. Und zack. Sehr, sehr geil. Die letzte Kette wurde gesprengt. Nice. Lieber Igitt, ich würde gerne das Ding da vorne einsammeln. Gut gemacht. Das war die letzte Kette. Endlich raus. Du mit der Seilbahn fahren. Schnell, schnack zur Station. Ich finde es schön, dass er gesagt hat, knirsch. Und das war grün, weil er da halt Luigi sagen wollte. Großartig. Das grüne Knirschchen. Wer kennt es nicht? Phänomenal. So, wir haken uns hier einmal ein. Wir haken uns in unsere Nachbarn und trauen uns, einen kleinen Walzer zu tanzen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Und bup. Uiuiui. Fast noch runtergeplumpst. Und hier wollen wir rein. Okay. Wir dürfen auf was ballern? Ach. Gibt es hier vielleicht auch irgendwo ein Juwel, wo man ein bisschen genauer gucken müsste? Da oben, oder? Wir müssen auf jeden... Oder ist das eine Eisschicht? Ich glaube, das ist ein Juwel. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall gleich oben mal einmal in dieses Nestchen gucken. Weil ich denke, dass wir dort dann ein Juwel bekommen. Das können wir dann da einfach so raussaugen. Okay. Und ich habe einen Baum gefällt. Na klar. Das war nicht das Ziel. Aber es ist passiert. Ich weiß nicht, warum da jetzt gerade noch ein Ausrufzeichen ist. Weil hier müssen wir jetzt ja hoch. Luigi, kannst du mich hören? Schöne Misere. Diese Gondel wohl so schnell nicht mehr. Sieh, völlig hinüber. Du musst die Schlucht ohne Bahn überqueren. Du wirst es kaum glauben. Das habe ich mir fast gedacht. Sehr gut, Yannick. Oh, guck mal. Ich bin doch noch erwischt. Kurz mal hier gucken, was hier so geht. Warum existiert dieser Bereich? Man weiß es nicht. Nein. Knapp, knapp verpasst. Fump. Da oben ist auf jeden Fall ein Juwel. Sieht sehr durchsichtig aus. Weil fast so sehen doch eigentlich nur Juwelen aus, die man schon eingesammelt hat, dachte ich. Ach, guck mal. Plötzlich bekommt es Farbe. Schön. Oh, und das ist das vierte. Okay, also haben die wohl nicht so eine richtige Reihenfolge, wann man sie wirklich einsammelt. Oh, ein kleines Minispiel haben wir hier nochmal. Okay. Ja, das war sehr schlecht. Das war auch sehr schlecht. Ich glaube, ich muss alle nur einmal treffen. Aber muss man auch erstmal schaffen, ne? Wow. Zack, erwischt. Das bringt auf jeden Fall schon mal Geld. Man muss da auch einfach manchmal einfach abwarten. Oder schnell sein. Klappt auch. Nein, weil ich zu tief gezielt habe. Nein. Und ich kriege noch einen Schuss in den Rücken. Na ja. Well. Oh Gott, ist der... Oh, hat der Angst. Aber verständlich. Darunter zu raseln würde wahrscheinlich auch eine Menge Schaden machen. Schaden machen. Man hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Einfach würde man darunter gondeln. Okay. Und... Erstmal haben wir hier eine Truhe. Mit einer Menge Geld. Nice, nice. Oh Gott. Was geht da hinten denn ab? Für eine Bombe. Okay, wir werden auf jeden Fall nach links einmal springen wollen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste man drücken musste. Die Taste. Die Taste. Ihr schafft, ihr schafft, ihr schafft. Okay, da drin sind auf jeden Fall irgendwelche wilden Experimente. Und da wartet dann der nächste Bosskampf auch auf uns. Wir sind schon mal hier gelandet. Das ist gut. Hier ist nämlich an die Voxelstation. Was ist das denn hier noch? Luigi, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Du hast in den Wartungsraum geschafft. Vom aus. Dieser Generator knackt die Tür des Werkshauses und die Voxelstation mit Strom. Du, ihn unbedingt in Betrieb setzen. Los. Okay, ich sehe eine Bombe. Ich kann nicht wirklich zielen. Ich meine, ich kann ihn zum Explodieren bringen. Also dadurch, dass er öfter kommt, wenn er hochgejagt wird. Ach, guck mal. Und die sprengen dann was? Ja. Der geht in die Mitte. Dann kann ich noch einen rechts hinschleudern. Hallo. Bupp. Ja. Zielen und so, ne? Und nichts im Weg haben. Bupp. Zack. Dann haben wir den da. Dann noch einen nach rechts tatsächlich. Damit der da umgeschmissen wird. Und dann haben wir noch einen in der Mitte und dann läuft alles. Oh, ne. Tut's nicht. Weil wir müssen jetzt nochmal einen links reinschmeißen, damit der dann auch noch in der Mitte zeigt. Mann, oh Mann. Wir werden hier einfach noch Ingenieur wirklich. Obwohl wir gar nicht mehr auf dem Ingenieurshof sind. So, und jetzt können wir in die Mitte schießen. Bump. Und boing. Dann löppt alles. Das Vögelchen muss leider weichen. Tut mir leid. Oh, oh. Huh? What? Louis, ich dich kaum höre. Du eingeschneid. Gut, dass du die Kamera draußen. Ich dich schnell zurück. So, du dich schnell aufwärm. Ehe du dich antrittst. Aber. Wie? Wir kommen doch gar nicht gerade zur Kamera. Irgendwie wird's dir nicht. Sehr schön. Ne Menge Reichtümer konnten wir mitnehmen. Und die drei Sterne nehmen wir auch mit. Fast tausend an Reichtümern. Nice. Trotzdem bis zu 20.000 fehlt natürlich einiges. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass wir... Ob wir das so schnell noch erreichen werden. Unsure. Unsure. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Auf zum nächsten Bosskampf. Willkommen zurück, mein wackerer Freund. So, Geister direkt da rein schieben. Neues Juwel. Neuen Geist. Sehr verrückte Geister. Und 982 konnten wir mitnehmen. Ihr seht, wir brauchen trotzdem noch über 7.000. Halleluja, das ist einiges. Gut, dass du den Generator wieder zum Laufen gebracht hast. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir die Tür zum Werkhaus nicht aufbekommen hätten. Und nun, da auch die Voxelstation wieder läuft, musst du nie mehr an luftigen Liften hangeln. Wir sind fast am Ziel, Luigi. Atme noch einmal tief durch und wärme dich ein wenig auf, bevor es richtig losgeht. Ich warte zu lange auf dich. So, das war lang genug. Fertig zum Einsatz, mein Bester? Oh, ich weiß nicht, ob ich wirklich fertig bin zum Einsatz. Aber nach drei Leveln ist es hier tatsächlich soweit. Die Schlitterschlacht beginnt. Ich habe deinen Meistergeist geortet. Er versteckt sich im Werkhaus. Und wo ein Geistermeister ist, da sind Finstermondstücke auch nicht weit. Na, Luigi, bereit für die Jagd auf ein weiteres Finstermondstück? Du bist zwar bereits ein wahrer Profi, Jäger, aber werd bloß nicht unvorsichtig, ja? Wo ein Finstermondstück, da auch ein Meistergeist. So viel ist schon sicher. Ich weiß ja nicht viel über diese Meistergeister, nur dass sie außerordentlich mächtig sind. Die mächtigsten Geister im Tal, ideal, um die Finstermondstücke für irgendwen zu bewachen. Die Sache ist von langer Hand geplant, gar kein Zweifel möglich. Jedenfalls geht es nun ums Ganze. Wir dürfen dich locker lassen. Mach dich bereit, ja? Mhm. Oh, weia. Hallöchen. Ich bin nicht bereit für einen weiteren Bosskampf, aber er kommt. Boah, ich hoffe nicht, dass der wieder so knifflig wird wie der vorherige. Aber dadurch, dass es der nächste ist, vor dem letzten, kann er ja eigentlich nur schwerer sein. Macht mir natürlich trotz dessen große Angst. Weil der letzte war schon ziemlich knifflig. Okay, was geht hier Verrücktes? Das Eismonster. Okay, und wir haben eine Maschine zum Ballern. Ist das so ein Gimmick-Bossfight? Ja! Oh mein Gott, wie cool! Ich treff grad so lucky, ne? Boah, hätt ich den getroffen, wär ich ausgeflippt. Okay, das war definitiv zu früh. Warum ziehle ich eigentlich so blöd über die Kante? Okay. Yes! Oh! Das war knapp. Erwischt. Okay. Aber das war, glaub ich, nur der Anfang, richtig? Jetzt geht's hier unten richtig los. Komm her! Okay, das erste Mal eingesaugt. Okay. Dürfen wir wieder auf unser Gefährt, oder wie sieht's aus? Ich will ungerne von der, von der Hand zielen. Okay. Ich frag mich ehrlich gesagt so ein bisschen, was rechts diese Anzeige bedeutet. Habe ich nur so viele Schüsse? Oder kann man so vielleicht aufladen, wie der Schuss fliegt? Ich schieße wieder so komisch über die Bande. Unnötigerweise. Erwischt. Weil so kann ich grad ja noch nicht. Nee. Muss ich noch höher ziehen, damit der mehr bouncet? Wie erfisch ich den? Huh! Oh-oh. Man kann nur ganz normal A drücken. Er lädt... Was? Er kriegt wieder alle? Ich glaube, ich muss am Anfang die in der Mitte treffen, weil sonst hab ich gar keine Möglichkeit mehr, die zu treffen. Oh, toll. Als ob ich den jetzt noch nicht mal getroffen hab. Komm schon! Ja! Oh Gott! So, er saugt ein. Oh, wie knapp! Boah, und das war grad mal das zweite Mal. Ich hab richtig Angst vor dem dritten Mal. Das könnte komplett schief gehen. Okay. Oh! Muss mir gefühlt Mathematik studiert haben. Boah! Okay. Ein letztes Mal noch. Und ich hab große Angst. Also zuerst auf die Mitte. So viel ist sicher. Das haben wir grad schon mal gelernt. Drauf. Ich will grad die Mitte treffen, Mann! Ja! Okay. Schon mal alle erwischt in der Mitte? Na, der war zu knapp. Yes! Yes! Nice! Und direkt in den Mund getroffen. Huh! Okay. Das letzte Mal das Eismonster getroffen. Aber ein richtig geiler Bossfight. Oh mein Gott! Wie cool! So, hier müssen wir jetzt nochmal aufpassen, dass wir nicht komplett von dem gehopst werden. Und eins aus! Und das Finstermondstück ploppt aus dem Meistergeist hinaus. Oh boy! Was ein Fight! Halleluja! Das war cool! Das war sehr cool! Da haben wir's! Din 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 din! Loh! Piep! Hören! Ich knaster! Knack, bumm, krach! Piep, pieps, glästert! Ja, bye, bye, bye! Igitt, ist okay, ist okay! Wir legen da einfach einen geheimen Breakdance hin. Drei Reichtümer! Doch so viel! Wow! Sind ja richtig rich geworden hier durch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Din 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 din! Du liebe Eiszeit! Wo warst du denn, Oluigi? Ich konnte dich kaum orten. Fast hätte ich der Voxelport noch nicht mehr erwischt. Und? Hast du den Meistergeist unschädlich gemacht und das Finstermondstück erbeutet? You bet! Auf Freude! Toll gemacht, Luigi! Lass uns den Geistermeister schnell hinab ins Gehege schicken. Jawohl! Besser ist das. Bump! Rein mit ihm! Bye, bye! Drei Reichtümer? Insane, ich weiß. Und natürlich wollen wir das Finstermondstück auch schön abputzen. Formidable! Dann reicht mir mal das Finstermondstück, damit wir es reinigen können. Klaro. Und der letzte Bereich lüftet sich. Alter, wie sieht der denn aus? Wow! Ich glaube, fast der Nebel hat sich noch weitergelichtet. Schauen wir mal. Mal sehen, was das Paraskop zu diesem Bauwerk zu sagen hat. Zeig mal her. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Hilfe. Und der nächste Bereich nennt sich das Trugschloss. Das Schloss eines schwerreichen Weltenbummlers, gefüllt mit Schätzen aus aller Welt. Viel interessanter ist jedoch die immense paranormale Energie, die in seinen Mauern ruht. Man sieht allein schon, wie viele Bereiche es hier geben wird. Und Halleluja, wie es hier weitergeht beim Trugschloss, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain. Toodaloo. Toodaloo. Bis zum nächsten Mal.